Oh, so, so, YouTube. Fünf Minuten ohne Brille sind um. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, was passiert ist. Und wir sind immer noch dabei, das hier zu bauen. Ich habe mich entschlossen, zuerst das Ding zu setzen. Die Beladestation. Und dann die anderen Sachen. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller. Weil wir so den Winkel einfach viel, viel besser treffen können. Als wenn wir das nicht hätten. Schon ein bisschen krass immer noch, oder? Aber. Ich glaube, das wäre genau richtig. Vielleicht bauen wir auch erst die Brücke. Ach so, die kann ich ja nicht. Ich muss ja erst den Aufstieg bauen. Ja, das haben sie doof gemacht. Dann kann ich einfach in der Höhe anfangen zu bauen. So, wir wollen hier rüber. Okay, also ungefähr da hin. Auf die Höhe. Mit dir auf die Höhe. So, wenn wir jetzt gucken. Von dem hier rüber. Müssen wir ungefähr hier so hin. Fällt mir noch nicht so ganz. Werden wir gleich nochmal anpassen. Und ja, jetzt geht nämlich das Gezirkel los. Wie kriegen wir das rüber? Okay, ich glaube, wir müssen erst die rüberziehen. Von einer Seite. Ich meine, breiter wird die Straße theoretisch eh nicht. 75 Meter finde ich eigentlich schon gut. Geht nicht. Warum nicht? Weil hier vorne wahrscheinlich zuschlägt. Ja. Und das geht nicht, weil es ein Stück zu weit vorne ist. Okay, dann müssen wir also... Ich glaube, das ist auch zu weit vorne. Vielleicht müssen wir mit dem vorderen anfangen. Und wir sehen... Oh, der braucht schon echt viel. Da ist nicht viel Platz. An sich... Wollte ich ja auch hier nochmal... ...und wenigstens einen Millimeter lassen. Bevor wir rumgehen, nicht wahr? Ich meine, die könnten wir auch schräger setzen. Das wäre kein Thema. Ich bin Fußball schauen. Oh, viel Spaß. Oder viel Überlebenswillen. Ja, hier ist normalerweise fußballfreie Zone. Also, normalerweise. Das ist fußballfreie Zone. Ich habe mit Fußball... ...so viel Hut wie die Spanier mit Fußball. Wir müssen aber leider... ...ja, gebogen darüber. Das braucht schon echt lange Wege dahin. Ich glaube, wenn wir so... ...kommen wir nicht rüber. Selbst mit der 75 Meter Brücke. Ich habe da Bedenken... Ah, der kommt gar nicht erst dran. Ah, das ist kacker, kacker, kacker. Ein Gebäude brennt. Oh, das mit dem Brennen nervt aber irgendwann... ...weil man es immer kontrollieren muss... ...wenn man gerade in so einer... ...Arbeitsphase ist. Man will aber auch die Zeit natürlich laufen lassen... ...und nicht stehen bleiben... ...wenn die Arbeiterkräfte und sowas zunehmen sollen. Oh, und ich glaube, wir brauchen hier hinten... ...ne Feuerwehr. Oh ja. Weil die ist schon echt weit weg. Und die hat nicht genug Fahrzeuge. Jetzt kommen genug Arbeitskräfte ran. Im neuen Gebäude direkt am Brennen. Das ist nicht gut. Aber ich sage euch... ...als Brillenträger... ...ohne Brille ist... ...einerseits angenehm... ...nur, dass man nichts lesen kann. Das ist unangenehm. Was auch ein bisschen... ...die Augen beruhigt. Wir könnten das Ding ein bisschen drehen... ...in die Richtung. Dann könnten wir mehr... ...hier vielleicht drüber. Weil hier ist nur eine Straße. Dass wir hier so mittig zwischendurch gehen. Das könnten wir machen. Also das nochmal weg. Das ist wirklich alles Millimeterarbeit hier. Ob das gut klappt oder nicht. Die läuft hier jetzt schräg auf uns zu. Also theoretisch so. Können wir so gerade mal drehen. So vielleicht. Dann das nochmal wegnehmen. Und so. Okay. Das haben wir. Jetzt hier ein Stück Schiene... ...und das bestätigen. Jetzt rüber. Und... Ah, ja. Und wir brauchen... ...hier rüber... ...mindestens eine Schiene. Ja, ich glaube, wir bauen nur eine Schiene. Ja. Ja, ja. Und hier können die dann wenden. Dann machen wir das hier vielleicht doppelgleisig. Falls hier längere Züge rein- und rausfahren zum Tanken... ...dann blockieren die sich vielleicht nicht so gegenseitig. Ähm. Zu scharfe Kurve. Ja, ich weiß, dass die Kurven manchmal zu scharf sind. So, oder? Aber wie kommen wir denn hier rüber? So vielleicht. Dann müssen wir nur irgendwie hier eine Brücke hinzaubern. Vielleicht geht die Brücke eher nach da ab... ...und geht hier hinten rum. Aber hier sind die... ...Strommasten, da werde ich ein Problem kriegen. Also ich kann ohne Brille lesen. Ich bin kurzsichtig. Ja, das ist natürlich gut. Ich bin ohne Brille... ...komplett blind. Wobei das nur an meinen Augenmuskeln liegt. So zumindest... ...die Erkenntnis wohl. Okay, jetzt wird's spannend. Mit der rüber... ...müsste aber so sein. Der Verbindungswinkel ist so scharf. Ja, aber den will ich doch danach beheben, du Scheißteil. Kann man das nicht deaktivieren? Also das nervt. Ich will den doch jetzt erstmal hier setzen. Ich kann halt nicht einfach hier eine Brücke setzen. Nicht? In der Höhe. Und dann zwei Anschlüsse machen. Das wäre das Einfachste, was gehen würde. Wenn ich von hier gehe, sagt der, ein Anschluss ist zu spitz. Ja, mein Gott. Aber lass mich das doch erstmal machen. Ich bin im Planungsmodus. Wäre halt cool, wenn man da einfach mal planen könnte. Ja, sowas regt auch solche Fiesimatenten, wie man die nennt. Von Spielen. Ich meine, man weiß ja, wo es herkommt. Aber trotzdem nervig. Jetzt haben wir's hoffentlich. Gehen wir's mit der linken runter. So. Und dann mit der. Ich glaube, jetzt ist es fertig, oder? Eigentlich müssten wir hier auch rüber. Wenn wir ehrlich sind. Aber dann könnten wir nicht, äh, eine Verzweigung machen. Ich glaube, das könnte schon hier sogar zu eng werden. Wäre ja nicht über der Autobahn. Das ist ja eine Autobahn, theoretisch hier. Die wird später zweispurig bis da vorne. Wäre es nicht leichter, die Straße auf eine Brücke zu setzen? Dort, wo du zweigleisig gebaut hast? Theoretisch ja, aber die Straße ist schon da. Und ich kann die Straße nicht abreißen, ohne ein Komplettchaos verursachen zu können. Nicht? Also die Straßen... Am Anfang kannst du dir keine Brücken leisten. Oder sollte es dir keine Brücken leisten? Das könnte knapp werden. Gut, eine Holzbrücke würde vielleicht gehen. Dass man das vorsieht. Andererseits, wir haben auch die Stromdinger. Das heißt, wir können hier auch gar nicht hochgehen. Halt, 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 halt. Du sollst das noch gar nicht bauen. Jetzt hat der schon Beton hergebracht. Das ist die Kacke, dass die Hubschraube überall rankommt. Sonst war mein Trick nicht, die Sachen erstmal... ...zumachen. Man kann natürlich Baustadt für Gebäude wegmachen. Aber dann vergesse ich natürlich, die einzelnen Straßen zu setzen. Und dann musst du jede Kacke einzeln wieder starten. Habe ich eigentlich auch nicht so eine Lust drauf. Ah, ist vielleicht besser. So, die Autobahntunnel. Nur noch einer. Sehr, sehr gut. Wir könnten auch mit einem Tunnel unten drunter. Aber da können wir auch nicht verzweigen. Ah, stimmt schon. Und die Autobahnbrücke wäre an sich einfacher, drüber zu leiten. Außer an der Stelle. An der habe ich so oder so ein Problem. Das ist zu eng. Hm. Eigentlich ist es ja nur blöd, dass ich eine Verzweigung brauche hier an der Stelle. Und dass man nicht auf einer Brücke eine Verzweigung bauen kann. Das ist so das Hauptproblem. Dass man hier einfach eine Weiche drauf hat. Warum nicht? Geht das denn echt auch nicht? Ich wüsste nicht warum. Also mit den Begrenzungen für die Brille ab, Event kann ich leben. Sehr gut. Besser ist es auch. Zu oft darf es nicht passieren. Ha. Wie seht ihr das? Lieber Autobahn drüber oder lieber... Dingens. Ich bin unentschlossen gerade. Es würde mir natürlich viel mehr Freiheiten geben. Für den Zug da drunter. Nicht? Wir können das Ding hier hinpacken. Hier die Verzweigung hinmachen. Dann könnten wir hier einen Tunnel drunter machen. Müsste das nur eine Autobahnbrücke drüber werden. Okay. Warte. Ey. Abbruch abbrechen. Besser in dem Modus sowas abreißen. Nicht dass man nämlich außersehen... Irgendein Rohr erwischt. Und die das abreißen. Ganz blöd ist es bei Stromkästen oder Stromleitungen. Die sind dann teilweise nämlich dazwischen weg und müssen trotzdem neu gezogen werden. Obwohl man nicht im... Obwohl man im realistischen Modus ist. Das ist blöd. Die sind dann einfach unterbrochen. Obwohl sie da sind. Das ist kacke. Manchmal denke ich halt nicht nach. Okay. Könnten wir... Zugtunnel. U-Bahn-Tunnel, Eisenbahn-Tunnel, Eisenbahn-Tunnel. Wir würden es schaffen hier runter zu kommen. Andere Infrastruktur im Weg. So, das heißt aber, wir würden auch erst später wieder hochkommen. Forschung ist abgeschlossen. Ja, Forschung muss jetzt mal warten. Oh, der Tunnel kann auch rumgehen. Okay, aber das wäre egal. Das ist natürlich... Sieht irgendwie komisch aus. Dass es dafür keine Abrundung gibt. Das wäre noch cool. So würde gehen. Wir würden zwar durch das Rohr fahren. Aber das wäre okay, oder was? Nein, man sieht es ja nicht mehr, aber... Das kann ich nicht... Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Ähm... Nochmal. Wir versuchen es nochmal. Können wir... Können wir das kürzer machen? Oder tiefer? Oder sieht es nur so... Ungerade aus? Ich glaube, es sieht nur so ungerade aus. Ah, der war viel zu tief. Da hat er sich das gemerkt, oder was? Acht Meter würde hier reichen. Das würde akzeptieren. Okay, also anscheinend... Wenn man das Spiel das so zulässt... Wir wollen ja nur durch die Straße durch, ne? Aber warum ich hier nicht bauen kann... Oder ist jetzt das Rohr im Weg? Das kann natürlich sein. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen... Hä? Okay. Weird. Ich habe auch nicht... Wollen wir gleich Eisenbahntunnel... Mit Strom, ne? Ja, macht auch Sinn. Sonst müssen wir die nachher nochmal abreißen. Eins, zwei, drei. Neun Meter. Okay, hier müssen wir wirklich ein Stück... Gerade. Ist echt viel gerade, gerade. Okay, das Feuer war eigentlich schon besser dann. Das ist echt blöd zu sehen. Man kann halt nur von einer Seite das regeln, nicht? Nehmen wir doch lieber näher mit dem nach vorne. Ist doch nicht parallel. Das ist parallel. Und dann mit dem nach oben. Das müsste auch gehen, oder? Ja. Okay. Ich meine, der Tunnel sieht komisch aus, aber dann ist es halt so. Und Forschungsprogramm abgeschlossen. Ich habe halt auch noch nie Zugtunnel gebaut. Hier könnten wir auch noch... Eventuell mit etwas anderem Kleinen vorbei. Oh. Dann kommt jetzt hier hinter... Weiche. Hier die Beladestation. Oder hierhin die Beladestation. Ja. Vielleicht besser. Und ich meine, das würde hochgehen. Aber geht das über Infrastruktur? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier haben wir schon viel gewonnen, wenn das da wäre. Dann können wir das mit dem... Doppelgleis hier auch nochmal verbessern. Und das auch hier bauen, glaube ich. Ich weiß halt nicht, ob das reicht von der Länge her. Ich weiß nicht, wie lang die Zügel waren. Ich habe erst einmal mit Zügen gespielt. So lange ist es her. So. So. Dann können die hier tanken. Hier sollten sie aber nicht die Spur wechseln. Die wechseln sie irgendwo hier hinter. Jetzt ist die Sache, wir müssen das erst rückbauen. Nee, 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 nee. Ja, da ist Verkehr auf der Straße. Und Abrissmodus. Hä? Habe ich jetzt den Abrissmodus abgerissen? Oh Mann. Abrissmodus fortsetzen. Erstmal die eine Seite. Das Ding ist im Sparmodus. Das Ding ist im Sparmodus. Okay, darf nicht gebaut werden. Oh Mann. Also das ist echt anstrengender, als ich gedacht hätte. Flugzeugproduktion. Flugzeugproduktion, Flughäfen, TV-Station, Uranabscheidung. Okay. Ihr erforscht Uranabscheidung und ihr die TV-Station und ihr Impfung der Einwohner. Die Gebäude hier bis zum Rand gefüllt. Die schon alle fast halb voll. Was sagen die Kindergärten? Ja, jetzt nicht wirklich viel voller als vorher. Weil die Züge, die kommen dann von hier, hier an und wir werden erst ins Depot fahren. Das heißt, wir gehen hier auf die Seite, fahren ins Depot. So, jetzt müssen die Züge hier rauf und auf die Schiene zurück. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Das werden wir sehen. Da bin ich selber, ja sagen wir mal, auf dem Reißbrett, nicht wahr, unterwegs. Gucken wir mal. Dann das Bauamt hier hin. Also, die kommen hier hin. Das ist halt die Frage, können die inzwischen nach vorne und dann wieder ranfahren? Ich hoffe so. Weil dann könnten wir hier eine Brücke draus machen. Dann ist das nicht Doppelbetrieb. Oder wir machen hier eine dritte abgehende hin. Ich weiß nicht, ob das klappt. Kann er das? Ich glaube nicht, oder? Dreier Kreuzung kann er nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Ah, das würde gehen. Ein Stück weiter vorne. Ich weiß nicht, ob das zu anderen Problemen führt. Dann nachher erkennt er das mit dem Weichensignal nicht sauber. Okay, wir können ja von dem zweiten Gleis... Warte mal. Dann ist das hier aber rechts... Dann muss das hier linksverkehr sein. Das ist natürlich doof. Das hier ist rechtsverkehr. Oder hat er die Brücke hier abgehen lassen? Andererseits, wenn dann einer von da zurückkommt... Dann kann er auch nicht weiterfahren. Eigentlich bräuchten wir schon zwei Brücken für zwei Richtungen, nicht wahr? Weil hier drüben soll relativ viel Zugverkehr hin. Gut. Aber hier haben wir eh nur einen Schienenverkehr. Wir machen es wirklich doch hier abgehend. Kann ich die Brücke direkt... Ich glaube, ich brauche erst ein Stück... Ein Stück Abstand, nicht? Und dann kann ich eine Brücke von da starten lassen. So. Aber da würden wir überall durchkommen, theoretisch. Gefällt mir auch nicht. Oder ein Tunnel doch unten drunter durch. Ah, hier ist fertig. Okay. Äh... Straße, Rückbau. Sorry, Leute. Ja. Das ist jetzt... Wenn hier keiner drauf ist, dann... Darf ich abreißen. Das wird doch nie passieren. Aber ich kenne einen Trick 17, wie ich das machen kann. Hinter dem letzten LKW einfach einen Knotenpunkt setzen. Hier ist ein Knotenpunkt. Dann können wir es abreißen. Und dann können die mich mal am Tüffi tooten. So. Wo wollt ihr hin? Ach, ihr wollt da ran. Ah, zurecht vielleicht. Ah gut, das sind die letzten LKW, die hier langfahren, da drüber. Nein, alle, die zurückfahren wollen. Okay, warte. Ihr kriegt kurzzeitig... Hier mal eine Umgehungsstraße. Abriss fortsetzen. So. Dann kriegen die ihre Brücke. Und wir unsere Schienen. Ist das hier schon wieder auf Nicht-Abreißen gegangen? Ah, wirklich. 7% Arbeitslose. Und die Tunnel immer noch nicht. Der eine Tunnel, 97%. Noch 290 Arbeitstage. Was hier so lange dran dauert. Ah, 95% Zufriedenheit wieder. Das hat der Nachteil so ein bisschen am realistischen Modus, ne? Es gehen halt Jahre ins Land, bis man so eine kleine Sache wie einen Straßenabriss dann fertig hat. Aber es ist halt realistisch. Ein Rückbau. Jetzt wird der Schutt erst abgeräumt. Jetzt kommen die Müllabfuhren. Und liefern das weg. So. Und hier ist so viel Verkehr drauf. Das macht das eigentlich so wirklich schwer. Jetzt müsst ihr euch einen anderen Weg suchen. Zum Glück haben wir noch ein paar Umgehungswege. So. Jetzt müssen wir warten, bis wir das hier abgerissen haben. Dann kommen die Bauarbeiter. Die reißen das ab. Klingzi klonzi. Jetzt kommt die Müllabfuhr. Oh oh, Ölpreise sinken nicht gut. 280.000 letzten Monat eingenommen. Solange die Busse sich hier nicht blockieren. Ich glaube, seit wir die Verkehrsplanung geändert haben, ist das hier alles gut. Dieser Tunnel wird uns verrecken. Jetzt ist er fertig. Nicht fertig, wollte ich gerade sagen. Das heißt, demnächst können wir hier die Auf- und Abfahrten planen. Ah, jetzt fahren die wieder hier lang. Ihr sollt hier nicht langfahren. Ich weiß, es ist doof. Aber ihr sollt hier nicht langfahren. Nur kurz nicht. Wir bauen da was für euch. Okay. Wir sehen das Pass vom Winkel her nicht ganz. Deswegen werden wir es mal jetzt anders setzen. So, vielleicht eher. Dann können wir das hier aber nochmal. Nochmal neu dingsen. Okay, also du. Soran, ja. Du. Soran. Das wollen wir uns so ran. Das will er nicht. Geht ein Millimeter. Das geht, aber das nicht. Alles klar. Achso, weil wir im Parallelmodus sind. Ah. Äh. Okay. Dann dichter sauber ran. Und dichter sauber ran. Und. Vielleicht nicht ganz so weit weg. Sodass hier mehr Platz ist vielleicht. So. Dann können die wechseln. Dann können die wechseln. Und jetzt müssen wir hier die Autobahnbrücke drüber zimmern. Und dann nehmen wir eine richtig geile. Was haben wir denn hier? So die elektrifizierte Balkenbrücke. Ne, aber so eine Balkenbrücke. Oder gebundene Bogenbrücke. Balkenbrücke klingt eigentlich schon gut. 100 kmh. Eine schnelle gibt's nicht. Nicht wahr? 100 war das schnellste, was die fahren dürfen. Na. Guck mal. Wie sieht die hier aus? Okay, die hat nach unten diese Balken. Oh, oh. Habe ich jetzt irgendwas weggerissen da? Ich glaube nicht. Ich wollte aus Versehen die Straße wegreißen. Ähm. Hm. Man sieht ja, nur die hier kann gebogen sein. Die Plattenbaubrücke. Oder die Betonbrücke. Die anderen sind gerade. Das heißt, wir müssen erst mit der Betonbrücke rangehen irgendwie. Von einer Stelle. Und hier kann ich jetzt noch nicht krumm machen. Hier könnte ich krumm machen. So, wir gehen auf 15 Meter. Oder gehen wir auf 18 Meter. Wir gehen mal auf 18 Meter. Ist schon eine ordentliche Steigung. Ein bisschen zu krass vielleicht. Ich weiß halt nicht, dass die Züge bei 15 Meter nicht durchkommen. Oh, jetzt machen wir die... Komm, wir machen die gebundene Bogenbrücke drüber, oder? Oh, das ist eng. Das wird doch nicht gut gehen. Hm. Wie viele Pfeile hat die? 57. 77 bei der Balkenbrücke. Bei der Bogenbrücke nur 42. Bei denen nur 37. 20, 16. Okay, die ist schon eigentlich ganz gut mit 57. Wäre cool, wenn er hier mir den Winkel anzeigt. Zeigt er mir den an? Kurve zu scharf. Ich sehe jetzt halt den Balken nicht. 99. Nee, es reicht nicht. Also die ist... Die ist zu blöd. Gut. Dann können wir echt nur die mit 77 Metern Pfeileabstand nehmen. Ja. Das ist die einzige, die möglich wäre. Ah, hier wäre jetzt halt diese Winkelanzeigen. Sowas wäre halt cool. Machen wir so 102. Oh, nicht. Dann ist da genug. Reserve. Und jetzt müssen wir mit der... ...Betonbrücke im Bogen wieder irgendwie runtergehen. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. Aber dann haben wir da vielleicht mehr Reserve. Und jetzt wird das Spannende, dass hier... Abriss abbrechen. Abriss stoppen. Abriss stoppen. Das Gute ist, wir haben dann alles... ...zumindest auf Plattenstraßenniveau... ...Äh... ...Kiesstraßenniveau. Ja. Ups. Ich glaube, die müssen wir ein bisschen noch zurückbauen, ne? Dass die... ...Abriss. Ey, nicht Abriss stoppen. Mann, ich drücke mal... Das mit dem Abriss ist invertiert. Das kriegt mein Kopf nicht hin. Abriss fortsetzen. Ich denke immer, das ist Sprengen. Es ist halt... Boah, das kriegt eine hohe Priorität. Bin gespannt, was ich übersehen habe. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen. In dem Konzept. Und ein Gebäude brennt. Oh no, die Lagerhalle. Mit Stoff. Aber sie kann gerettet werden. Ist aber kein Stoff gerade drin. Okay, warum nicht? Genug Arbeiter sind hier. Keine Pflanzen mehr da. Okay, also die produzieren gerade alle Pflanzen weg. Und deswegen machen wir auch so viel Gewinn. Weil das alles in Kleidung sofort umgesetzt wird. Das heißt, wir bräuchten theoretisch endlich auch die Pflanzen und eine dritte Fabrik hier. Also zwei Fabriken reichen nicht für zwei vollbesetzte 100% Bekleidungsfabriken. Wobei, vielleicht liegt es auch wirklich daran nur, dass die Chemikalen fehlen. Äh, die Pflanzen fehlen. Forschung abgeschlossen. Na gut. Äh, dann gehen wir jetzt auf Flugzeugproduktion. Pff. Stau. Oh nein. Oh nee. Aber das ist egal. Das ist, weil es gebrannt hat. Das ist ein Bug. Wir haben ja das Geld. Äh, dafür lade ich jetzt nicht neu. Es ist ein nerviger Bug, dass die Dinger nach dem Brand hier einfach festhängen. Man muss sie löschen und dann... Ja, nicht warm. Die Seite hat zum Glück nicht gehangen. Aber was soll man machen? Okay, die drei sind unterwegs. Das wäre wirklich cool, wenn sie das mal beheben würden. Oh. Falscher Modus. In der Beschleunigung. So. Abgerissen. Kie-Straße. So. Und ich habe ja gesagt, nicht manuell bauen. Aber ich würde sagen... Das hier dürfen sie bauen. Das hier dürfen sie bauen. Und das hier dürfen sie bauen. Da bin ich mal gespannt. Die Helis fangen auf jeden Fall sofort an. Die beliefern jetzt schon auch die Mitte und solche Sachen. Und die kleine Umgehungsstraße muss echt was leisten gerade. Was halt auch blöd ist, was dem Spiel guttun würde, wenn man von Autobahnbrücken abzweigen könnte. Oder von Bahnbrücken. Das wäre wirklich noch ein Traum. Also dann würden Brücken und Tunnel und so auch noch mehr Sinn machen. Aber aktuell kann man eine Brücke nur als 1 zu 1 Verbindung machen. Und nicht als Splitter. Dass man sagt, man geht hoch und teilt sich da auf. Das wäre auf jeden Fall ein großer Gewinn. Ja, und ich meine, der Tunnel ist ja hier angeschlossen. Und der Tunnel ist hier angeschlossen. Also theoretisch könnten die den ja sogar nutzen. Ähm, da können wir das hier auch mal fertig machen. Da wusste ich am Anfang ja noch nicht, wie es werden soll. Jetzt haben wir die fertigen Straßen. Ähm, ich würde sagen, dazwischen bauen wir auch schon Asphalt. Da mache ich jetzt gar kein, gar kein Thema mehr draus. Das macht ja keinen Sinn, wenn das nicht Asphalt ist. Das bisschen, was das kostet, ist egal. Und jetzt, die fahren ja so rum. Das heißt, die wollen abfahren. Wir könnten natürlich sagen, die Abfahrt geht in die Richtung. Ich glaube, das könnte vom Platz her zu schmal sein, wenn ich es so machen wollen würde. Weil dann kann ich die Auffahrt nicht hier wahrscheinlich so machen. Dass ich sage, hier, hier, so, so rum rauf. Ah, da hätte ich vielleicht dran denken können, dass man es so macht. Und dann würden sich die Ab- und Auffahrenden nicht in die Quere kommen. Kacke. Oh, das geht. Man kann nur, glaube ich, bei denen, ich weiß nicht, ob man bei denen später die Richtung ändern könnte. Da so rum könnte er es bauen. Das ist doch die richtige Richtung. Okay. Umso besser. Genau, 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 so. Das geht noch schöner. Na, das geht noch schöner. So. Das ist die Auffahrt. Äh, die Abfahrt. So, und die kriegen eine Auffahrt. Im gleichen Stil. Ah, da konnten wir nicht ran. Ja. Deswegen können wir hier nicht abgehen, nicht? Dann macht er nämlich Murks. Warum auch immer. Ja, das ist ein zu großer Bogen. Wir bräuchten hier auch eher... Okay, das klappt auch nicht. Das sieht merkwürdig aus. Geht das vielleicht... Direkt? Nee. Ja, cool wäre, wenn die beiden zusammenlaufen würden, nicht? So mittig. Das heißt, der ein bisschen größeren Bogen kriegt noch. Das heißt, wenn wir das hier irgendwie so hätten, ne? Das würde nicht reichen. Bahnübergang nicht erlaubt. Okay, so, um ja. Warum auch immer so rum, dass... möglich ist. Moment, das ist ja nur Planungsmodus. So. Jetzt hier ran und da rauf. Ist ja eh falsch rum, nicht? Warte mal. Doch, die fahren ab. Die wollen auf. Ist richtig. Das klappt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. So, ja. Jetzt das noch gerade kriegen. Und... Rauf da. Und das vielleicht in einem glatten Bogen. Ja, das stimmt. Das wäre noch wünschenswert. Da nicht hin. Bahnübergang wegen der doofen... Dings, ne? Dings, ne? Aber wartet mal. Ne, das ist falsch. Weil... Ich glaube, das darf ich nicht im... Das muss so sein, ne? Ja, genau. Das darf nicht im Parallelmodus sein. So, auf der Seite ist natürlich... Die kommen jetzt hier an. Die fahren ab. Okay. Die fahren weiter. Und hier kommen neue rauf. Okay. Passt. Können wir bestätigen. Können wir bauen lassen. Und jetzt bei denen. Die kommen ja hier. Das heißt, die würden hier abfahren. Ich glaube, hier ist halt zu eng, als dass wir das irgendwie in einem Bogen schaffen würden. Hier muss es so doof laufen, dass wir die hier abfahren lassen. Und hier auffahren lassen. Was natürlich massives Chaos an der Stelle verursachen würde. Wenn da viele fahren. Seht ihr? Da kommt das mit dem Platz. Wenn man sich nicht genug Platz lässt. Wie ein Bumerang zurück. Wie ein Bum-Bum-Bum-Bum-Bumerang komme ich immer wieder zu dir an. Ein Elektrizitätsproblem. Warum? Das Gebäude hatte keine Strom. Weil? Weil du brennst. Wo die Feuerwehr. Da kommt sie. Vielleicht schafft sie es noch. Gerade so. Ein Gebäude brennt. Okay. Hier die Straßen sind fertig. Sehr gut. Jetzt fehlen nur noch die Brücken. Aber Beton, Kies. Und einigermaßen hingebracht. Das Ding habe ich zum Glück noch nicht gebaut. Ah. Die erste Brückenteile entstehen. Was wollte ich gerade machen? Hier hinten. Auf- und Abfahrt. Beim Tunnel. Tunnel? Wo bist du? Ich sehe ihn schon gar nicht mehr. Da. Das können die gerne schon mitbauen. Weil da werde ich nichts mehr dran ändern. Und hier komme ich halt einfach nicht raus. Wenn man grundsätzlich ja. Jetzt komme ich raus. Ich komme nicht wieder rein. Also schon. Aber nicht von der richtigen Richtung. Wäre cool, wenn ich einfach das so runterziehen könnte. Oho. Das würde gehen. Es ist halt blöd, wenn Auf- und Abfahrt auf einer Seite sind. Das würde ich eigentlich vermeiden, indem ich die hier hinten rumlege. So ein bisschen. Aber da habe ich nicht vorher an die Reihenfolge gedacht. Was die auch wichtig sein könnte. Oh. Was war das? Das weiß er selber nicht. Das wäre auch lustig. Ja, da bleibt mir echt hier. Eigentlich nur die Variante hier. Abfahrt in die Richtung. Und Auffahrt in die Richtung. Aber immer noch besser. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn nicht, müssen wir es mit der Straße, die noch ein bisschen weiter nach hier liegen. Und den Fußgängerweg da weg machen. So wirklich brauchen wir nicht. Na. Okay, die beiden Pandemien haben wir erforscht. 90% Gesundheit und 95% Glücklichkeit. Die Brücke wird gebaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.